Guten Morgen Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zum Blick in die Märkte am Montag nach dem Wochenende. Heute im Speziellen auf Euro, US-Dollar. Dann haben wir Gold auf der Uhr. Wir schauen auf den spanischen Aktienindex, den IBEX. Und wir gucken natürlich mal auf das WTI nach dem Schock gestern, den die Märkte zu verdauen haben. Was wir gesehen hatten, dass dort eine Ölfabrik brennt, das ist etwas ungünstig für die Ölversorgung, sagen wir es mal so. Das hat natürlich Impact auf die Märkte und das Ganze schauen wir uns selbstverständlich auch mit an. Aber erst einmal hier guten Morgen auch den Live-Zuschauern an dieser Stelle und wie immer auch die Einladung. Wer mag gerne den ein oder anderen Wunschmarkt direkt rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook. Dann gehe ich sehr, sehr gerne auch auf einzelne Märkte mit ein, die wir hier nicht haben. Bevor wir auf die ganz normale Tagesplanung übergehen, der Risikohinweis, den bitte ich wie immer auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Dann das zu diesem Thema und damit würde ich sagen, gehen wir gleich in die Nachrichtenlage hinein. Das heißt, was können wir heute planen und wichtige Faktoren haben wir da. Ganz klar auf alle Fälle, es gibt ZEW-Daten hier bei uns in Deutschland. Das heißt, den ZEW-Konjunkturerwartungen bekommen wir um 11 Uhr. Das Ganze schauen wir uns dann im Detail auch mal noch am Freitag an, um hier mal näher zu beleuchten, wie es der deutschen Wirtschaftsaussicht der ZEW hier geht. Am Nachmittag bekommen wir dann aus den USA die Industrieproduktion für den Monat August. Und heute Abend um kurz nach sieben hält ein Mitglied der EZB eine Rede. Das ist momentan auch immer sehr, sehr spannend. Wir wissen ja um die Maßnahmen, die die EZB vorhat, um die Wirtschaft in der Eurozone weiter anzufeuern, vielleicht mal wieder ordentlich in Gang zu bringen. Vielleicht gibt es da heute Nachmittag die ein oder andere Information. Das also zu den wichtigsten Tagesnachrichten hier im Deutschland, im Euroraum und den USA. Und damit gehen wir gleich mal rüber in die Charts hinein. Und wir starten mal mit dem spanischen Kursindex. Übrigens, das auch noch als kurze Information. Viele haben in den Medien, liest man sehr, sehr stark, dass die Märkte heute mit massiven Abgaben erwartet werden. Wir sehen es, wo der DAX hier gerade liegt. Wir sind schon mit einem Abschlag in den Markt reingekommen. Jetzt wird es halt spannend, was passiert an den Märkten. Wie reagiert sozusagen? Wie reagieren die Händler auf die Dinge, die dort gestern Nacht passiert sind? Und ja, das wird sich dann hier zeigen. Aber momentan, wir sehen es, es gibt schon einen ganz schön kräftigen Abschlag. Wenn wir mal schauen, wir haben am Freitag, wo haben wir geschlossen im DAX? Der DAX hat zugemacht bei der Close, war gewesen bei 12.454 Punkten. Und heute Morgen oder jetzt aktuell stehen wir bei etwas unter 400. Also das ist schon ein spürbarer Abschlag. Wie schon gesagt, das kommt jetzt darauf an, was die Märkte daraus machen, wie der ganze Konflikt sich dort entwickelt und was dann hier anstelle dessen mit rauskommt. Das wird die Märkte auf alle Fälle bewegen. Wir schauen hier mal auf die Chart-Technik rein. Die klassische Chart-Technik im spanischen Aktienindex hier an dieser Stelle. Also auch die Kerze, die wir hier sehen, das ist schon die heutige Tageskerze, die wir sehen. Wir befinden uns hier am Bereich des Tagestiefs vom Freitag. Rein aus charttechnischer Sicht haben wir hier einen Widerstandsbereich mittlerweile erklommen. Wir sehen auch hier einen schönen Aufwärtstrend im spanischen Aktienindex. Und ja, der Widerstand hier oben ist ja nicht umsonst als Name Widerstand beziffert worden. Das heißt, hier gibt es schon, sage ich mal, immer wieder die Möglichkeit, dass wir doch ein bisschen deutlich nach unten auch abprallen sollten. Und das wird sich in etwa hier an dieser Stelle auch entscheiden. Das heißt, ungefähr am Tagestief vom Freitag, wenn wir dort wirklich drunter brechen, rein aus technischer Sicht jetzt mal die Gründe absolut weggelassen, dann sollten wir uns einfach mal schauen, wo haben wir denn Auflaufpunkte, wo wir nach unten eine Umkehr der Nachfrage wieder sehen können. Dann haben wir im kurzen Bereich erst einmal selbstverständlich hier unten dieses Spike Low um die Marke von 8.990, 9.000 Zählern in etwa. Dann haben wir, das ziehe ich gleich mal noch ein Stückchen weiter runter, kurzen Augenblick, hier unten naheliegend auch noch ein Spike Low knapp um die Marke von 8.945 Zählern. Und dann sehen wir hier im Tageschart auch noch einen Supportbereich, nämlich hier unten in diesem Bereich um die Marke von 8.780 Zählern. Das ist der Bereich, als sich dieser Aufwärtstrend hier gebildet hat. Und wir sehen, der hat ja dann in seiner aktuellen Bewegung auch sehr, sehr schön das Trend hoch, dieses Abwärtstrends rausgenommen. Also das ist alles gut. Wie schon gesagt, der Markt ist hier relativ weit gelaufen. Und wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie es weitergeht. Schafft das tatsächlich direkt auch oben drüber, das heißt hier auch über das Tageshoch und diesen Widerstand rauszunehmen, dann wird die Zone, wie schon gesagt, zu einer Supportzone, also zu einer Unterstützung. Und dann ist der Weg nach oben hin erst einmal gut frei. Das heißt, wenn es tatsächlich hier drüber geht, mittelfristig haben wir dann als nächsten Anlaufpunkt hier die Marke von ungefähr 9.450 Zählern. Das Ganze wie immer mal noch im Blick nach unten in die kleinere Zeiteinheit. Und da sehen wir sehr, sehr schön diesen starken Schub nach oben. Das heißt, was ich hier mal in grün noch gekennzeichnet habe, das ist der Aufwärtstrend des Tages. Und was wir hier lehrbuchmäßig sehr, sehr schön sehen, sind die Bewegungen und Korrekturen in ihren trendförmigen Ausformungen. Und wenn wir mal schauen, wie schön sich dieser Markt hier nach oben entwickelt, dann sind das schon Bereiche, Anlaufbereiche, die man gut und gerne nehmen kann zur Unterseite. Wichtig ist halt wirklich, diese Marke hier von knapp 9.000 Zählern, die ist entscheidend für diesen Trend. Ja, der gibt dir die Richtung vor. Fallen wir da drunter, dann haben wir schon, sag ich mal, die Situation, dass wir mit etwas tieferer Korrektur rechnen können. Ansonsten, wenn wir gar nicht erst hier drunter fallen, sondern der Markt doch recht stark bleibt, dann haben wir die Chance auch weiter nach oben mitzulaufen. Und wie schon gesagt, hier über dieses Level drüber. Und wenn wir uns das ganze Spaßspiel mal anschauen hier, dann sehen wir halt hier oben ist nicht wirklich viel, was aufhalten kann. Das heißt, da haben wir schon ganz gute Karten dran. Wir müssen allerdings abwarten, wie die Märkte, wie schon gesagt, zur offiziellen Eröffnung auf das mit dem Öl heute reagieren. So, das also zum spanischen Aktienindex. Und damit gehen wir wieder zurück in den Tag und zwar im Gold. Gold hat ja im Endeffekt einen ziemlich starken Rutsch nach unten gehabt und hat dabei auch seinen letzten Aufwärtstrend gebrochen. Hier ist der Aufwärtstrend schön am Laufen gewesen und mit diesem Schub sind wir jetzt tatsächlich unter dieses Trendtief gefallen. Wir sind sogar unter diesen leichten Support hier bei circa 1490 Zählern gefallen und haben dann eine Stabilisierung bekommen um die Marke von 1483, 84 Dollar für die Feinunze entsprechend. Hier oben haben wir ein Widerstandslevel drinnen. Hier, das ist das Level, wo der Trend gebrochen wurde. Hier bei 1517 Zählern. Da sind wir am Donnerstag letzte Woche auch ganz kurz drüber gespiked, aber dann kam der deutliche Abverkauf. Und jetzt ist es halt wichtig, was hier an dieser Stelle passiert. Das heißt, erst mal aus rein technischer Sicht, solange wir diese Marke hier unten nicht brechen, also nicht unter dieses Level laufen, haben wir keinen Abwärtstrend und solange haben wir die Chance offen, wieder etwas höher reinzulaufen. Das heißt, wieder hier in Richtung dieses Hochs um die 1555, 1557 hier in diesen Bereich mit reinzugehen. Das haben wir als Chance offen. Da müssen wir natürlich hoch, das heißt auch hier oben drüber. Das heißt, zwei Sachen sind hier jetzt interessant. Das ist einmal hier unten diese Unterstützung bei 1483 Zähler und dann hier dieser Widerstandsbereich oben bei 1517. Stabilisieren wir uns oben drüber, haben wir Chancen, tatsächlich noch einmal ein Stück nach oben zu laufen oder vielleicht einen Aufwärtstrend hier wieder in Fortsetzung zu bekommen. Fallen wir drunter, müssen wir einfach schauen, wo haben wir Anlaufpunkte. Und da haben wir zwei leichte Support-Level und zwar ist das hier einmal dieses Entstehungslevel, wo wir oben drüber gegangen sind und hier unten leicht unten drunter. Das ist ja alles relativ eng beieinander. Also irgendwo zwischen 1440 und 1453 in diesem Bereich haben wir ein Auffangband. Und ansonsten, wenn man einfach mal schaut, wo weitere Support-Level liegen aus dem alten Abwärtstrend, da ist ganz klar hier unten zu nennen, diese Marke, die wir hier haben, um den Preis von ungefähr, naja, 1400 Dollar sind wir hier unten in etwa. Also das wären mal Auffang-Level, die wir auf der Unterseite haben. Da müssen wir erst mal schauen, was hier jetzt der Markt uns weiter verrät. Und damit gehen wir zu eines der unsere Lieblingswährungspaare hier in diesem Bereich und zwar ist das der Euro-US-Dollar. Der hat ja sehr, sehr bewegte Zeiten hinter sich. Letzte Woche Donnerstag und letzte Woche Freitag. Wir haben ja letzte Woche auch über das Short-Set abgesprochen und da freue ich mich auch sehr, sehr schön, dass das wirklich in hervorragender Manier geklappt hat. Wir hatten ja hier oben drüber gesprochen, wenn wir hier unter dieses Level drunter laufen, dann wird es relativ wahrscheinlich, dass wir im Sinne dieses Abwärtstrends erst einmal zumindest wieder das alte Trend tief testen. Und das hat ja hier wieder par excellence funktioniert. Also da freue ich mich schon sehr drüber, wenn die Setups auch in Trendrichtung so aufgehen. Ja, nach der EZB kam dann der Schub nach oben. Den sehen wir ja, den hat es reingeworfen hier im Hoch am Freitag in die Region wieder um die Marke von 1,11. Hier haben wir ja diesen dicken Bereich oder diesen grauen Bereich noch eingezeichnet. Der ist ja lange, lange Zeit eine Unterstützung gewesen. Jetzt sind wir halt drunter und da ist es eher mal noch ein Widerstandslevel. Das heißt, das hat schon eine gewisse Marktrelevanz, eine gewisse Marktbeachtung. Wenn wir uns jetzt mal auch diesen abwärts laufenden Markt mit anschauen, dann haben wir schon die Chance, ohne dieses übergeordnete Aufwärtsbild kaputt zu machen, noch ein Stückchen weiter nach oben zu korrigieren. Das kann durchaus in die Lage kommen oder in die Wahrscheinlichkeiten reinkommen. Das müssen wir nur schauen. Auf alle Fälle sehen wir allerdings, dass wir hier um die 1,11 wieder Schwäche reinbekommen haben. Das sehen wir auch an der starken Abverkaufskerze, die wir am Freitag hatten. Und wenn diese ihre Bestätigung findet, also wenn die Kurse tatsächlich hier unter das Tief bei 1,10,553 fällt, dann haben wir wieder einmal die Chance in Richtung Tief hier unten, um die Unterstützung bei 1,09,261, das ist das Low hier unten gewesen, da reinzulaufen. Die Chance bietet sich, also wir haben jetzt hier auch wieder zwei entscheidende Marker im System. Vom Freitag das Tageshoch bei 1,11,095 und das Tagestief bei 1,10,553. Und wie schon gesagt, wenn der Markt dort oben drüber läuft, dann werden wir sehen, oder unten drunter, ob Schwäche kommt oder nicht. Bisher sehen Sie hier, es ist leichtes Seitwärtslaufen, auch wenn der Markt hier höhere Tiefs macht und auch höhere Hochs macht. Die Entscheidung ist hier längst noch nicht gefallen, wo wir hingehen. Ich ziehe mal den Chart kurz etwas größer. Wir sehen es halt hier, diese hohe Volatilität ist halt vorhanden. Und jetzt kommt es darauf an, wie es wird. Sollten wir tatsächlich drunter laufen, dann diejenigen, die das gut sehen, schaut euch das mal an. Wir hätten hier dann in diesem Bereich eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ich mache das mal ganz kurz in einer anderen Farbe, damit wir das besser erkennen können. Also das heißt, hier ist eine SKS drinnen. Und diese SKS, wenn sie denn bestätigt wird hier oben, also Schulter, Kopf, Schulter, das ist das. Das heißt, das bildet sich zumindest gerade aus. Die Nackenlinie haben wir hier unten drinnen liegen. Das heißt, wenn wir hier unten unter die Nackenlinie fallen, dann haben wir die SKS in Bestätigung. Und dann haben wir die Chance, weiter runter zu laufen. Wird das natürlich nicht passieren. Das heißt, gehen wir hier oben drüber. Dann ist diese SKS, weil sie gerade auch in Entstehung ist, natürlich erst einmal hinfällig. Und dann, wie schon gesagt, müssen wir schauen, was am Tageshoch passiert. Und wenn wir dort drüber gehen, dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier oben in diesem Bereich um die Marke von, ich kann es jetzt gar nicht sehen, müssen wir mal schauen, 11640 haben wir da unten drinnen liegen. Das heißt, an dieser Stelle wäre das mal Schub nach oben, wo wir doch etwas Luft bekommen können. Dann Entscheidung auch hier noch ausstehend. Das zum Euro-US-Dollar. Und dann hatte ich ja versprochen, wir schauen jetzt mal auf das WTI. Wir sehen es, am Freitag waren wir deutlich unten drunter. Jetzt sind wir weit oben drüber. Das heißt, wir haben am Freitag, glaube ich, Kurse um die 57 US-Dollar gehabt für das Barrel-Öl hier an dieser Stelle. Wo haben wir es gehabt? 54, bitte entschuldigt. Also 54, nicht 57. Ja, wir sind bis hoch gelaufen im Top heute bei 63,55 hier oben, knapp oben rein. Und wir sehen es, der Markt verkauft jetzt komplett ab. Das müssen wir mal so ein bisschen einsortieren, wie man sich jetzt hier zumindest aus rein technischer Sicht verhalten sollte. Weil, man muss an dieser Sache beachten, mal ausgeklemmert, wie schlimm die Sache ist, die dort passiert ist. Rein aus technischer Natur hat das jetzt natürlich Auswirkungen auf die Ölversorgung an den Märkten. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, wie stark die Einschränkungen tatsächlich sind aus diesem Bereich und welche Auswirkungen das haben wird. Fakt ist allerdings eins, ich zoome es mal kurz etwas größer, wie schon gesagt, wir betrachten das Ganze jetzt mal rein aus technischer Sicht. Was wir hier an dieser Stelle jetzt haben, ist, wir haben einen validen Aufwärtstrend, der in eine weite Bewegung hineingelaufen ist und jetzt anfängt zu korrigieren. So, um das einfach mal rauszunehmen, um die ganzen Sachen, die dort passiert sind, rauszunehmen. Rein technischer Natur. So, das ist das eine. So, und die Frage, warum der Ölpreis jetzt steigt, ist ja die, oder der Hintergrund deswegen ist ja die, dass der Markt mit einer deutlichen Verknappung des Angebots rechnet. Und wenn die Nachfrage gleich bleibt, dann haben wir sozusagen hohe Nachfrage, verringertes Angebot. Das wirkt natürlich preissteigernd. Und wenn sich das Ganze jetzt fortsetzt, dann sehen wir hier die Korrektur und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, wie sieht denn so eine Umkehr entsprechend aus. Und da haben wir jetzt hier, wenn wir uns diesen Chart einmal anschauen, haben wir hier, ich hatte es ja eingezeichnet, hier oben dieser Top-Bereich um die 58, 59 Dollar. Das war ja hier oben ein Top, hier ist auch das Hoch reingelaufen. Das könnte jetzt als Unterstützung wirken. Das heißt, diesen Bereich mache ich jetzt auch gleich mal grün, weil wir haben jetzt hier keinen Widerstand mehr, sondern wir haben hier eine Unterstützung im Markt liegen. So, und jetzt wird es halt interessant zu sehen, wann dreht der Markt denn rum? Rein vom Korrekturlevel an sich, wenn wir das mal kurz eben ausmessen, sind wir ja hier in dem Bereich, wo wir, ja, sag ich mal, weit über 40% korrigiert haben. Bis zur 50%-Marke ist noch ein bisschen Platz, aber für eine Korrekturumkehr ist es auf alle Fälle allemale Zeit. Und das ist dann das Interessante, wenn wir tatsächlich die Umkehr bekommen, schauen wir uns das mal ganz kurz in der Stunde an. Ganz klar, da sehen wir noch nicht so viel, aber wenn wir einfach sehen, dass der Markt diese Dynamik hier aufhört und nach oben steht, dann haben wir schon die Chance, hier weiter nach oben zu laufen. Das heißt, das wäre dann entsprechend die Umkehr und da kommt es dann halt auch darauf an, wo wir entsprechend die Umkehr sehen. Auch an den Linien, wer sich da gerne mit den Fibonacci-Levels beschäftigen möchte, bekommen wir da dann Stärkereien, möglicherweise hier auch in diesem Support zwischen 58 und 59 Dollar. Das wäre dann erstmal eine gute Situation für eine Umkehr wieder in die Long-Richtung. Ansonsten kann die Korrektur natürlich noch deutlich tiefer laufen, vielleicht auch ein Gap-Close. Man weiß es nicht. Hier an dieser Stelle heißt es jetzt halt, ich sag mal mal so, wer jetzt hier einfach so einsteigt, in meinen Augen, geht halt relativ blind in den Markt. Weil wir wissen noch nicht, fällt es denn drunter oder nicht. Aber, wenn wir beispielsweise hier unten am aktuellen Tagestief auch auf Unterstützung stoßen, das heißt hier, wenn wir das mal reinnehmen, das Tagestief hier unten haben wir liegen bei, naja, die Marke knapp 59,40. Sollte hier Support reinkommen, dann sehen wir keinen nach unten trendenden Markt mehr, sondern dann geht es eher wieder nach oben. Das wäre dann natürlich für das kurzfristige Trading hochinteressant, wenn am Tagestief dann Stärke auch reinkommt. Und das sieht man dann übrigens auch schön in den kleineren Zeiteinheiten, wenn die hier wie so ein Trampolin nach oben laufen und nicht tiefer wollen, dann sieht man, der Markt dreht rum, er macht einen Boden. Und wenn wir dann nach oben laufen, dann haben wir kurzfristig hier erstmal den ersten Anlaufpunkt hier, wo wir gesehen haben, da oben ging es nicht richtig drüber. Die Marke von ungefähr 61, naja, sagen wir mal 45, 50 in diesem Bereich rum hier oben. Also das, dieser Bereich, erster Anlaufpunkt und wenn wir dann wirklich weitere Stärke noch reinkommen, dann können wir uns durchaus auch zur Oberseite orientieren. Also wir haben hier relativ hohe Volatilität, wie schon gesagt, zu lange, wie der Markt noch über diesem Tageshoch bleibt. Und dann nach oben läuft, ist dieses Szenario eines der möglichen Szenarien. Brechen wir allerdings unten drunter weg, dann sieht es eher so aus, dass wir weiter in die Gegenbewegung reingehen. Wir sehen ja, die 15 Minuten sehen wir schön nach unten trenden, das ist halt an der Stelle auch der Grund, weshalb ich sage, ich suche mir immer die Sache aus, wo ich den Trend auch erkennen kann. Und hier sehen wir ja in der Stunde, die ist relativ runtergelaufen, aber den Schwung sehen wir hier. Und wer das visuell für sich besser aufbereiten will, der geht einfach in der Zeiteinheit Stück für Stück nach unten und dann sehen wir einen Trend nach unten laufen. Und das ist das, wo wir aktuell die Richtung haben. Und da müssen wir einfach nur warten, bis die ganze Geschichte rumdreht und dann nach oben läuft. Oder aber, wie schon gesagt, hier unten unterm Tagestief eine Fortsetzung dieses Abwärtstrends sieht, dann müssen wir uns eher nach unten orientieren. Das heißt, wir sind ja relativ nah schon dran. Und wenn es dann hier deutlich nach unten geht, ja, dann sind wir nach unten da. Man kann sich relativ gut absichern und das Ganze dann sehen. Schaut, jetzt ist der Bruch da nach unten und jetzt testet der Markt das Tagestief und läuft dann, wenn die Schwäche jetzt sozusagen reinkommt, weiter nach unten. Und das ist das, was man sehr, sehr gut, schön auch in den kleinen Zeiteinheiten als Trend mit sehen kann. Das zum WTI, liebe Traderinnen und Trader. Und damit bin ich durch für jetzt. Fragen sehe ich aktuell keine. Das heißt, an dieser Stelle wieder mal danke für die Zeit. Allen gute Trades. Und wir hören und sehen uns morgen dann wieder um 8.30 Uhr pünktlich hier zur Marktbesprechung. Den Blog-Eintrag, den gibt es natürlich wie immer vorher. Bis dahin allen gute Trades und einen tollen Start in die Woche. Tschüss.